So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal hat mein Helm jemand anderes an, und zwar der Leon. Moin, ihr seht mich jetzt nicht. Denn wir haben spontan entschieden, dass der Leon eine Probefahrt mit meiner Karre macht. Easy peasy. Und ja, ich weiß nicht, bist du schon mal die XSHA 700 gefahren? Bis jetzt noch nicht, ne? Bis jetzt noch nicht, perfekt. Aber nur gut ist von gehört, also. Es ist auch schon mal ganz weird, dass der Schlüssel hier ist und nicht wie gewohnt vor dem Tacho. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen beim ersten Mal. Ansonsten kennst du ja Kuppel und Gas als das Gleiche. Der Schlüssel ist hier, an ist so. Hier machst du die Karre an und aus. Okay, krass. Zieh es nach unten dann oder was? Wenn du nach unten ziehst, geht die an. Ja, crazy. Und ja, dann würde ich sagen, erzähl den Zuschauern mal, wie du die XSHA 700 findest. Und ich mache mit der anderen Kammer noch ein paar Videos. Viel Spaß. Yo, let's go. Also fühlt sich auf jeden Fall schon mal angenehm an zu sitzen. Ist ein bisschen wie so eine Naked. Ja, ist ein Naked-Bike. Von daher echt angenehm. Boah, zieht aber echt ordentlich, Mann. Ey. Geht gut ab. Bin bis jetzt eher Supermotos gefahren und mal eine CBF Honda. Bremsen packen auch echt gut. Ich weiß gar nicht, ob die ABS hat. Würde ich jetzt auch besser nicht riskieren. Hat die ABS. So, gehen wir mal Vollgas. 70 kmh mal eben locker flockig. Geht locker rein. Macht auf jeden Fall echt Bock, das Teil. Nur zu empfehlen. Würde echt gerne mal auf einer Landstraße fahren. Aber so ist es wie eine Supermote fast. Und Marcel meint, die kann man echt entspannt wheelen. Was ich jetzt nicht ausprobieren will. Nicht, dass ich mich jetzt noch mit dem Bike direkt auf die Fresse lege. Wobei, so ein kleiner Hüpfer. Kleiner Hüpfer. Ich weiß nicht. Ich frag mal. Einmal wheelie poppen. Komm, einmal geht. Okay, die will auf jeden Fall nach oben. Man merkt, die hat Bock auf einem Rad zu fahren. Yes. Aber mehr will ich jetzt auch nicht machen. Ist ja nicht mein Bike. Aber ey. Lohnt sich. Gerne mal Probe fahren. Lässt sich super schön in die Kurven werfen. Echt ähnlich wie eine Supermoto. Nicht wie eine Sportler oder so, wo man drückt. Sondern man kann sich echt reinwerfen. So, fahren wir mal wieder zu Marcel. Das Einzige, was ich sagen muss, ist die Lenker in den Spiegel. Die finde ich ein bisschen komisch, weil die Hände so blockiert sind. Ist ähnlich wie mit Handguards an der Supermoto. So, ey. Zweiter Gang. Einmal durchdrehen. Ah, da will sie auf jeden Fall knallen. Sie hat auf jeden Fall Bock, ein bisschen zu knallen. Geil. Da geht noch was. Das scheppert, ey. Geil. Leider kann man die hier nicht ausfahren, aber... Spaß macht es trotzdem. Also echt mega angenehm zu fahren. Ich glaube auch für längere Strecken deutlich angenehmer als ein Supermoto. Also... Also... Ja. Nur zu empfehlen, das Ding, ey. Geil. Richtig Bock. Es fühlt sich halt echt an wie eine Supermoto. Übel, ne? Also... Halt auch von der Sitzposition und so. Ein bisschen tiefer. Du merkst halt, dass du dich einklemmen kannst hier. Du hast richtig so Kniekehlen wie bei einer Supersportler oder so. Aber du sitzt und fährst wie eine Supermoto. Ja, Mann. Ist geil. Auch vom Hochziehen und so. Beim Wheelie hast du ja jetzt versucht, ne? Ja, ich wollte jetzt nicht ziehen, aber... Ja, aber hat sich schon ein guter Gefühl, oder? Ja, mega. Ist auch eine Aufnahme von draußen, da warst du auch schon so ein Stück hoch, Digga. Ja, safe. Geil. Ich könnte jetzt höher ziehen, aber ich will, wie ich dich mache. Ne, da bin ich gespannt, was du alles erzählt hast. Ich finde, das ist ja später einfach ein Edit heraus, ne? Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt Leon ab. Du hast ja bisher nur Instagram, ich glaube, YouTube macht es noch nicht, ne? Ja, Leo Tricks, aber es ist jetzt eher Parcours. Frühwarning, Turmspringen. Checkt es out. Checkt den ab, auf den Boy, der fährt ja auch Motorrad und so. Aber wir sagen, siehe uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.